Hallo und herzlich willkommen, ich bin Nubis Donner und wir sehen uns hier wieder bei War Robots und wie ihr schon gesehen habt, habe ich mir jetzt einen Zeus Fury gegönnt. Ja, ich konnte mein Gold dann doch nicht so gut sparen und ja, jetzt habe ich halt einen Zeus Fury. Also da fahrte ich nur zwei Zeus, jetzt habe ich drei. Eine Zeus ist auf Level 10 und die beiden anderen auf Level 7. Das heißt, eine Zeus ist eigentlich relativ hoch und die beiden anderen halt nicht. Aber trotzdem macht er ganz schön viel Schaden und wenn man mit dem auch auf die richtige Map kommt, dann tut der ganz schön weh. Also dann haut der richtig krass rein und ich starte einfach mal einen Kampf. Durchschnittliche Wartezeit 25 Sekunden, manchmal komme ich da in den Kampf nach 5 Sekunden und manchmal dauert es dann halt doppelt so lang. Aber ich hoffe, dass es nicht doppelt so lang dauert, weil das wäre ziemlich ärgerlich. Ja, draußen ist es gerade ziemlich laut, aber egal. Ja, ich arbeite unter der Woche ja, deswegen ist es für mich teilweise ein bisschen schwer, ein Let's Play zu machen. Deswegen kommt auch in letzter Zeit so selten ein Let's Play. Ich habe halt eigentlich wirklich nur am Wochenende wirklich dafür Zeit, weil unter der Woche muss ich halt mich ausschlafen, damit ich halt auf der Arbeit auch fit bin. Und ja, aber ich versuche es irgendwie hinzubekommen, dass ich das dann doch noch irgendwie mache. Und scheinbar wird es doch doppelt so lang dauern, nicht irgendwie 5 Sekunden, sogar mehr als doppelt so lang. Dankeschön, das gefällt mir. Ja, ist ja nur die durchschnittliche Wartezeit. Und hey, das nervt mich jetzt. So kann man doch kein Gefecht machen, oder? Das kann es doch nicht sein. Liebes Pixonic-Team, bitte sorgt dafür, dass ich früher in ein Gefecht komme. Vielen Dank. Sie haben mich erhört. Und der Kampf beginnt auf der Map Shenzhen. Und mit was starte ich? Ich starte einfach mal mit dem Fury. Einfach mal so. Auf Shenzhen ist ein Zeus-Fury und auch ein Trident-Fury gar nicht mal schlecht. Ich muss jetzt nur schauen. Mein Internet ist nämlich gar nicht mal sonderlich gut. Und da hinten fliegen schon böse Waffen. Ja, das tat weh, mein Freund. Ja, das ist auch nur ein Golem. Der hat mir jetzt einen Schuss gegeben, hat mir so ein paar Leben gezogen und ich habe ihn dafür fast umgebracht. Alles klar. Okay, es ist ja außerhalb meiner Reichweite gegangen. Jetzt ist er wieder da. Ich muss halt aufpassen, weil ich will jetzt nicht selber auf die Fresse bekommen. So, da hinten steht noch ein weiterer Fury und so wie es aussieht ein Trident-Fury. Davor muss ich aufpassen. Der ist gefährlich. Warte vielleicht, bis er vorkommt. Ist er das überhaupt? Ja, der scheint dahinter zu stehen. Also muss ich mir merken, dieser Alex, das ist der Trident-Fury. Ja, ich hätte gehofft, ich treffe ihn vielleicht. Das ist der Nachteil gegenüber den Tridents, dass die Zeus halt kein Splash-Damage machen. Und daher halt das Ziel wirklich im Blickfeld sein muss, damit man es ausschalten kann. Aber mein Team scheint sich hier recht gut drum zu kümmern. Um den Fury. Gefällt mir. Aber der lebt scheinbar immer noch. Jetzt habe ich außersehen ins Haus da geschossen. Gerade eben hier. Wäre schön, wenn ihr mal den Fury da rausnehmen könntet. Weil der ist ja eine Gefahr für mich. Ihr seht schon, im Griffen zieht das gar nicht mal wenig. Und dafür, dass man alle 5 Sekunden hier schießen kann. Ähm, ist das ganz schön ordentlich. Also die Zeus, wenn die mal jetzt gelevelt sind, irgendwann mal. Hallo. Hey, das war jetzt unfair. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war jetzt unfair. Ihr seht, das zieht ganz schön ordentlich. Da traut sich jetzt auch niemand mehr ran. Da hinten war ein Carnage. Und wenn, das finde ich von meinem Carnage gewöhnt, noch damals, als ich ein Zeus Carnage hatte. Ähm, wenn man mit dem Zeus Carnage gegen den Zeus Fury kämpfen muss, dann ist das sehr unangenehm. Weil der Zeus Fury, der macht ein Carnage mit Zeus auf jeden Fall alle. Also Kills durfte ich bis jetzt noch nicht machen. Vielleicht darf ich den ja mitnehmen. Wäre sehr freundlich. Ja, ich darf ihn mitnehmen, aber hier ist ein anderer... Hier ist ein Toys Carnage. Ich sehe so schnell jetzt nach da hinten gelaufen. Er hat jetzt auf die Natascha geschossen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat sie noch ein bisschen getroffen, habe ich ihn. Ja, hier sind ziemlich viele Long-Range-Waffen oder eher Might-Range-Waffen. Sind ja nicht komplett lang. Ähm. Das Verstecken hätte sich jetzt nicht mehr gelohnt. Also jetzt schaue ich noch, was ich hier rausholen kann aus dem Gefecht. Okay, gar nichts mehr. Ja, das war ein sehr, sehr schneller Kampf. Und mit dem Zeus Fury macht man natürlich schon Schaden, aber nicht allzu viel. Also meine Zeus sind ja noch nicht sonderlich hoch. Es war jetzt auch relativ wenig Zeit, deswegen 372.000 Schaden gemacht. Ähm. Ja, 8 Gold, 4 Schlüssel. Vielleicht kann ich sogar noch eine Kiste öffnen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, ich kann sogar eine Kiste öffnen. Komm, ich würde sagen, wir öffnen mal eine 10er-Kiste. Wird sowieso nichts bei rauskommen, aber hey. Einfach mal öffnen und schauen. Vielleicht hat man ja Glück. Ich habe schon von Leuten gehört, die daraus irgendwie einen, was auch immer da gewonnen haben. Ah, wir dürfen noch mal drehen. Vielen Dank. Die daraus schon einen Dash gewonnen haben oder einen Jesse oder sowas. Oh, wir dürfen noch mal drehen. Vielen Dank. Ja. Lohnt sich jetzt voll. Jetzt dürfen wir dreimal drehen statt einmal und bekommen am Ende 200 Schlüssel. Alles klar. Das ist jetzt geil. Okay, öffnen wir mal 200er, oder? Ähm. Ne, wir öffnen keine 20 10er. Wir öffnen 200er. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das war jetzt echt ein geiler Zufall. Ja, Pixonic ist scheinbar gnädig. Noch eine 70er. Ja, also ich hatte 12 Schlüssel. Dafür haben sie mir jetzt ganz schön was gegeben. Stellt euch mal vor, ich gewinne jetzt einen Dash, dann breche ich. Dann fange ich wahrscheinlich hier an zu heulen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich kriege einen Gellerhead. Alles klar. Ich brauche zwar keinen, aber hey, nehme ich gerne mit. Das ist jetzt echt geil. Ihr habt ja gesehen, ich hatte 12 Schlüssel, habe jetzt einen Gellerhead und alles klar. So kann es auch mal laufen. Das ist, das ist, gefällt mir. Ja, ich hätte mir lieber einen Dash gewünscht anstatt einen Gellerhead, aber hey, Gellerhead ist auch okay. Jetzt habe ich halt zwei. Eigentlich brauche ich ihn nicht. Ich habe zwei. Schade, leider kann man, eine Tempest wäre so schön gewesen. Ohne Scheiße, eine Tempest wäre richtig geil gewesen. Also jetzt habt ihr gesehen, aus 10er Kisten kann man scheinbar auch, wenn man wirklich mal Glück hat, irgendwie was Geiles bekommen. So ein paar Schlüsselchen. Das war jetzt geil. Das hat mich jetzt echt überraschiert. Ich hätte gedacht, ja, jetzt kriege ich vielleicht 5000 Gold. Äh, was für 5000 Gold? 5000 Silber. Und das war es dann. Aber nein, scheinbar Glück gehabt. Jetzt muss ich nur schauen, was für einen Titel ich nehme bei, auf YouTube. Also wie ich das Video nennen werde. Entweder sage ich irgendwas mit den Kisten oder es geht um den Zeus Fury. Muss ich mir noch überlegen. Aber auf jeden Fall, jetzt sind es halt nur schlechte Preise. und jetzt sind auch alle meine Schlüssel verspielt. Also Last Try ist es jetzt. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, wir bekommen noch mal drei Schlüssel. Öffnen können wir damit nichts? Ne. Mh, mh. Ein Schlüssel hätte uns noch gefehlt. Aber das ist jetzt geil gewesen. Das, das hat mich jetzt gefreut. Mh. Ja. Und ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao.